Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier in der Redaktion der Coop-Zeitung in Basel. Sie ahnen es, diese Woche geht es um Bäume. Vom Blätterwald in den richtigen Wald, sozusagen, ab in den Wald, das Thema der aktuellen Coop-Zeitung. Der Wald ist ja weitaus mehr als einfach nur eine Ansammlung von einzelnen Bäumen. Der Wald ist ein mystischer Ort, er ist ein Kraftort und er ist auch ein Ort der Gesundheit. Aktuelle Studien zeigen z.B. einen halben Tag im Wald pro Woche verdoppelt ihre Abwehrkräfte. Der Mann, der das Thema Wald, das Thema Bäume so richtig populär gemacht hat in letzter Zeit, ist ja der deutsche Förster, Peter Wohlleben, mit seinem Mega-Bestseller «Das geheime Leben der Bäume». Ein aktuelles Interview mit ihm finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ganze bäumige Woche.